Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kurzen Informationsvideo und zwar damit ich euch ganz kurz auf dem Laufenden halte und auf dem aktuell neuesten Stand bringen möchte. Diese Woche wird erstmal kein Video kommen, ab dem 14.10. kommt eine ganze Serie. Lasst euch überraschen was das ganze sein wird, nur dann geht's los und dann kommt, wenn ich alles richtig geplant habe, jeden zweiten Tag eine Folge. Ab dem 14.10. geht's los. Ich hoffe ihr seid am Start und bis dahin. Wünsche ich euch noch viel Spaß und ich bin noch weg. Tschüss.